Wir sprechen heute über einen Wanderwitz. Also das ist kein Witz, der zum Wandern geht, sondern wir sprechen über Marco Wanderwitz. Marco Wanderwitz ist Ostbeauftragter der CDU und hat ein Mandat in Sachsen. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Nun ist es ja niemand verborgen geblieben. Luisa Neubauer bei Anne Will mit Unterstützung der Moderatorin. Armin Laschet sollte dort vorgeführt werden. Er hat sich halbwegs aus der Affäre gezogen, aber es ging darum, Hans-Georg Maaßen, der für den Bundestag kandidiert und als Abgeordneter beziehungsweise seinen Sitz dann in Thüringen hat, es ging darum, Hans-Georg Maaßen zu stigmatisieren, halt so richtig mal schön durch den Dreck zu ziehen. Und anstatt man jetzt die Hoffnung hat, naja gut, dann springen ihm CDU-Kollegen bei. Nein, dann gibt es noch welche, die sind in der CDU, die sagen, Maaßen redet Verschwörungstheorien das Wort. Und das ist Marco Wanderwitz. Und ich zitiere Herrn Wanderwitz folgendermaßen, wir beschäftigen uns dann auch nur kurz mit Herrn Wanderwitz, vielleicht soll der Mund doch nicht ganz so vollnehmen. Ich zitiere, Also davon Parteifreund zu sprechen, naja, das ist dann schon weit hergeholt. Ich würde eher sagen, der Feind in den eigenen Reihen. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen redet aus Sicht des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, CDU, Verschwörungstheorien das Wort. Ich sehe bei ihm eine Mischung aus Zündelei und groben Fehleinschätzungen, die problematisch ist, sagte Wanderwitz im Interview mit unserer Zeitung. Maaßens nationalkonservatives Denken habe zwar seinen Platz in der CDU, sagte Wanderwitz über den ehemaligen Verfassungsschützer, er war Verfassungsschutzpräsident, Herr Wanderwitz, Verfassungsschutzpräsident, der für Südthüringen in den Bundestag kandidiert, für den Bundestagskandidiert. Allerdings vertritt er daneben auch Ansichten, die ich klar außerhalb der Christdemokratie verordne. Jawohl, Herr Wanderwitz, Sie verordnen. Ihren Parteifreund, Herrn Hans-Georg Maaßen, Dr. Hans-Georg Maaßen, verordne. So Wanderwitz. Er redet Verschwörungstheorien das Wort. Für den sächsischen Abgeordneten Wanderwitz hätte dies, falls die Entscheidung über seine Erststimme für diesen Kandidaten zu treffen hätte, eine klare Konsequenz. Ich würde Herrn Maaßen nicht in das Parlament wählen. Das heißt also, anstatt jetzt zu sagen, sowieso die sehr schwächelnde CDU, CSU, zu sagen, Moment mal, wir beleuchten doch das mal, wer greift denn da Herrn Maaßen an? Sind es Menschen? Wir schauen mal über deren Lebensleistung, wir schauen mal über die Hintergründe, wir schauen uns mal Fridays for Future an. Ganz klar antisemitische, nicht nur Tendenzen, sondern Sichtweisen. BDS, eine Vereinigung, die Israel das komplette Existenzrecht abspricht. Und ich würde mir wünschen, Herr Wanderwitz, wenn Sie sich vielleicht mal in der jetzigen Situation äußern würden, was die Zustände im Nahen Osten angeht, wie Israel von der Hamas angegriffen wird. Aber dazu muss man in der Hose etwas haben. Diese beiden Klöckchen, Sie wissen, was ich meine, Herr Wanderwitz. Jetzt beschäftigen wir uns doch mal mit Marco Wanderwitz. Marco Wanderwitz ist laut Wikipedia am 10. Oktober 1975 in Karl-Marx-Stadt, dem jetzigen Chemnitz, geboren. Er ist deutscher Politiker und Sie sind Rechtsanwalt. So, Sie sind also seit Februar 2020 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Jawohl, Herr Wanderwitz, jetzt schauen wir uns doch mal an, was so über Sie geschrieben wird. Denn Sie sprechen ja Zeugnis über Ihren Parteifreund Dr. Hans-Georg Maaßen. Parteifreund. Und, naja, Wanderwitz, so steht es hier, Wanderwitz gehörte zu den neuen Bundestagsabgeordneten, die gegen die zwangsweise Veröffentlichung ihrer Nebeneinkünfte durch das 2005 verabschiedete Transparenzgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagten und dort scheiterten. Herr Wanderwitz, Sie wollten Ihre Einkünfte, Nebeneinkünfte nicht offenlegen? Hm, vielleicht ein bisschen kleiner, Herr Wanderwitz, nicht so ganz auftrumpfen. Denn, wie gesagt, Sie sind parlamentarische Vertreter. Sie haben das Mandat bekommen von Menschen, die hart dafür arbeiten, die Steuern dafür zahlen. Und dann haben die Menschen natürlich auch ein Recht zu wissen, was verdienen Sie denn neben Ihrem Mandat, Herr Wanderwitz? Aber Sie haben dagegen geklagt, ja, ich hätte zum Beispiel jetzt mal gesagt, Herr Wanderwitz, bevor Sie Herrn Maaßen angreifen, warum haben Sie denn seinerzeit dagegen gegen Transparenz geklagt? Haben Sie etwas zu verbergen, Herr Wanderwitz? Fragezeichen. Im Rahmen der Finanzkrise, es geht es weiter, äußerte Wanderwitz in einem mit Gebt her eure Inseln betitelten Interview, dass Griechenland Inseln privatisieren könnte, wenn Griechenland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das heißt also, Sie wollten einen EU-Partner nötigen, dass die Inseln als Sicherheit, als Bürgschaft praktisch hergegeben werden? Herr Wanderwitz, habe ich von Herrn Maaßen noch nicht gehört. Ich habe auch noch nicht von Herrn Maaßen gehört, dass er sagt, er wäre dagegen seine Einkünfte, die außerhalb des Mandatsbereichs, wenn er denn gewählt wird, liegen. Das wird er mit Sicherheit nicht machen. Aber Sie hatten dann offensichtlich, Fragezeichen, etwas zu verbergen, Herr Wanderwitz. Und wenn Sie griechische Inseln privatisieren wollen und die Vorschläge machen, dann geht es weit über mein Verhältnis zum Verständnis der europäischen Gemeinschaft hinaus. Im Sommer 2010 forderte er sich ungesund ernährende Bürger, da sollten die Krankenkassenbeiträge erhöht werden. Herr Wanderwitz, Herr Wanderwitz, Herr Wanderwitz, wenn ich das so höre. Das heißt also, es gibt ja viele Menschen, die sind finanziell nicht in der Lage, sich ein anderes Essen zu erlauben, aus Zeitgründen, Mütter, die arbeiten gehen, ihre Kinder, die sich dann mit Convenience-Produkten und Tiefkühlprodukten bedienen müssen. Aber, Herr Wanderwitz, Sie aus der Ebene heraus sagen, für solche Menschen müssten wir, wenn sie sich ungesund ernähren, müssten wir andere Krankenkassenbeiträge fordern. Herr Wanderwitz, Sie machen Ihren Namen alle Ehren. Also was Sie machen, ich lasse mal Wandern weg, also Sie machen schon da Witze, aber über Hans-Georg Maaßen, den würde ich nicht ins Parlament wählen. Und wer Sie gewählt hat, Fragezeichen, Herr Wanderwitz. So, und dann kam also Folgendes, Sie hatten der grünen Politikerin Kerstin Andrea, schlugen Sie vor, man könne ja Helgoland verkaufen, um die Rekordverschuldung zu begrenzen. Also so ein bisschen ist doch bei Ihnen irgendetwas zu erkennen, Herr Wanderwitz, dass Sie schon versuchen, hier süffisant zu wirken, aber wir nehmen Sie ja ernst und deshalb besprechen wir Sie ja auch. Und nun war es halt so, dass Sie, das können Sie, das bleibt Ihnen frei, 2007 stimmten Sie bei der Abstimmung des Deutschen Bundestags für die später durch das Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig erklärte Vorratsdatenspeicherung. Auch das sind Dinge, da sind Sie ja im Grunde genommen, Herr Maaßen war Verfassungsschutzpräsident, der war für die Sicherheit zuständig. Also vielleicht ein bisschen überlegen, was Sie dort mit zum Ausdruck bringen. Dann haben Sie auch den Mindestlohn für die Zeitungszusteller angesprochen, dass der würde die Kosten, die Mehrkosten würden entstehen von 225 Millionen. Herr Wanderwitz, ich habe Zeitungszusteller, das ist ein Mann, der ist 70 Jahre alt, der ist gehbehindert, der muss schauen, dass er sein Leben da noch tristet. Sie als Rechtsanwalt und als Abgeordneter, Sie sind doch Abgeordneter, müssen wir nochmal schauen, parlamentarischer Staatssekretär für Bundesministerien in den neuen Bundesländern, ist deutscher Politiker und Rechtsanwalt, der ist seit parlamentarischer Staatssekretär, naja gut, Sie sind es jetzt nicht, aber Sie haben als Staatssekretär, verdienen Sie ein gutes Salär, wahrscheinlich machen Sie noch nebenbei Rechtsanwalteinkünfte, deshalb wollen Sie es nicht veröffentlichen, Fragezeichen. Aber wenn Sie hier gegen den gesetzlichen Mindestlohn sind, empfahl er die Ausgestaltung des gesetzlichen Mindestlohns der Gruppe gesondert in den Blick zu nehmen, durch den Mindestlohn für Zeitungszusteller entstehe ein Zeitungsverlangen Mehrkosten von 225 Millionen. Muss ich sagen, Herr Wanderwitz, es ist schon ein starkes Stück Menschen, die wirklich eine geringe Rente haben, sich was nebenher verdienen wollen und Sie sind dagegen, dass die einen Mindestlohn kriegen. Also Sie sind schon so ein Vertreter, da muss ich schon sagen, ja, Wasser predigen und Wein saufen, dazu zählen Sie. Hans-Georg Maaßen angreifen, aber vielleicht gehen wir mal an die öffentliche Diskussion, aber ich fürchte mal, ich habe gesagt, da fehlen die Glöckchen im Höschen, die beiden, kling, 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 fehlen wahrscheinlich. So, im Januar 2016 trat Wanderwitz bei dem rechtsradikalen asylfeindlichen Verein Heimattreue Niederdorf auf. Im Rückblick habe er dies als Fehler zugegeben. Mein lieber Wanderwitz, Wanderwitzchen, was machen Sie denn da? Ich stelle mir das so vor, Hans-Georg Maaßen verunglimpfen Sie, das heißt also Maaßen redet Verschwörungstheorien das Wort und gleichzeitig sagen Sie, Sie würden ihn nicht in das Parlament wählen, das können Sie ja alles öffentlich tun, ist keine Frage. Aber Herr Wanderwitz, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Liebe Freunde, teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und die CDU macht mir im Augenblick wirklich den Eindruck, es ist aberwitzig, aber hier ist ein Suizid innerhalb der Partei zu erkennen, anstatt zu sagen, wir betreuen alle Flügel. Aber Herr Wanderwitz, wenn Sie denken, Sie können die Linken und die Grünen noch weiter links und die Grünen noch grüner überholen, dann machen Sie einen Riesenfehler. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bitte teilt diesen Kanal, abonniert diesen Kanal und es wäre schön, wenn ihr uns unterstützt, denn so können wir unsere Arbeit machen. Und Herr Wanderwitz, Sie bitte ich nochmal zu überlegen, Ihre Aussagen zu überdenken. Besonders schlau war es nicht. Danke, sagt Peter Weber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017